Mit der Energie der Heilung betrete ich diesen Raum und begrüße dich mit den Worten von Omar Tassant. Ich bin Engel Raffaim. Fühle die Wellen meiner Liebe. Fühle die Wellen meiner Heimung. Getragen in dem Vertrauen von allem, was ist. Engel Raffaim steht an deiner Seite. Begleitet dich liebevoll durch alle Situationen deines Lebens. Auch wenn es dir manchmal nicht so gut geht, gehören durch diese Situationen dennoch zu deinem Leben. Manchmal bist du vielleicht verzweifelt und weißt nicht mehr, was oben und unten ist und fragst dich überhaupt, was dies soll, dass du so leiden musst. Genau in diesem Moment möchte Engel Raffaim für dich da sein. Denn genau in diesem Moment benötigst du die größte Hilfe. Und so möchte ich heute dich zu mir führen. Denn ich habe einen bestimmten Raum der Heilung und in diesem Raum werde ich für dich da sein. In diesem Raum werde ich dir meine Hand reichen und dich tröste. Und so bitte ich dich, nun das Licht der Liebe einzuatmen und dich dabei auszudehnen und zu einer großen goldenen Sonne heranzuachsen. Fühle, wie das Licht der Liebe in dich einströmt und fühle, wie dadurch die Energie der Wirklichkeit in dir und um dich herum Platz einnimmt. Und dann ruf dich, Engel Raffaim, du brauchst aber nur dein Einverständnis zu geben und mir ein innerliches Ja zu senden. Denn dann komme ich zu dir und bringe die heilende Energie meines Raumes der Heilung mit mir. Und so stehe ich nun vor dir und bitte dich, deine Seele in meine Hände zu legen. Denn es ist deine Seele, welche Heilung benötigt. Und so streichle ich nun mit meinen heilenden Händen ganz liebevoll über die Oberfläche deiner Sinne. Ich streichle alle Energien, welche dir gerade Zweifel und Angst machen, einfach mit meinen Händen hinweg. und du spürst mit jedem Atemzug der Liebe wie Heilung sich in dir ausbreitet. wie ich deine Seele streichle und wie ich ihr die Energien meiner Liebe sende. Es ist die heilende Liebe und es ist die tragende Liebe. Mein geliebtes Menschenkind, bitte nun, deine Seele die Heilung anzunehmen. Bitte deine Seele aus der Tiefe deines Herzens die Heilung anzunehmen. Denn es ist doch jetzt an der Zeit, wo du aus der Position des Krankseins heraustreten möchtest. Und erkläre deiner Seele, dass du nicht länger leiden möchtest, sondern, dass du bereit bist, dein Leben aktiv zu gestalten. Spreche mit deiner Seele und bitte sie, die Heilung für dich anzunehmen. Und ich streichle immer weiter deine liebe Seele. Ich streiche jede kristalline Struktur von dir. Ich löse alles, was dir Angst macht und dich belastet. Lasse dich so tief fallen, wie du kannst. Und öffne auch dein Herz und deine Zelle. Öffne all deine Kanäle, denn die lebende, tröstende Energie von Engel Rappahin wird genau dahin dringen, wo du es am meisten benötigst. Mit jedem Wort, was ich zu dir spreche, fließt die heilende Energie in dich ein. Sie macht dich frei und groß und lässt dich erkennen, dass das Leben so wie es ist, dennoch gut und richtig für dich ist. Meine Liebe und meine Heilung lassen dich erkennen, dass du vertrauen darfst, auch wenn es dir einmal schlecht geht, dass du dennoch vertrauen darfst. Und ich streichle immer weiter deine Seele in der tiefsten Liebe eines Engels, in der tiefsten Liebe wie ein Vater sein Kind, in der tiefsten Liebe wie eine Mutter zu ihrem Kind. Fühle die Geborgenheit, welche sich in dir ausbreitet und fühle, wie es ist, wenn man geliebt wird. Engel Rappahin, bitte dich nun, nehme dich so an, wie du bist, beginne dich zu lieben, genauso, wie ich dich liebe. Und wenn du magst, darfst du nun auch deine Seele streicheln. Und so streichle deine Seele mit der ganzen Liebe, die du aufbringen kannst. So streicheln wir jetzt zusammen die Oberfläche deiner Seele. Und vielleicht fühlst du, wie deine Seele wächst, wie sie rein wird und wie sie leichter in Freiheit schwingt. Dies ist dein Verdienst. Streichle immer weiter. Auch Engel Rappahin streichelt dich. Ich streichle dir jetzt über dein Gesicht und über deine Haare. Und ich sage dir, während ich in deine Augen schaue, geliebtes Menschenkind, Heilung geschieht jetzt, jetzt in diesem Augenblick. Nehme dein Leben an, so wie es ist. Akzeptiere auch die Dinge, welche dir Angst machen. Hülle sie in Liebe ein. Denn dann verlieren sie ihre angstmachende Energie und schwimmen neutral. Und so streichle ich weiter. Nehme dich in meine Arme und lasse dich noch einmal fühlen, was es bedeutet, von einem Engel geliebt zu werden und was es bedeutet, von einem Engel Heilung zu empfangen. Denn, mein liebes Kind, du bist mir so wichtig und ich liebe dich so sehr und du wirst auch gebraucht in der vollen Kraft und Stärke deines Seins. Und so trage ich ganz liebevoll deine Sehnen zu meinem Herzen, um sie spüren zu lassen, wie tief meine Liebe für dich schwingt, um sie spüren zu lassen. Wie tief ich dir vertraue und wie tief die Heilung fließen darf. Die Energie von Engel Raphael ist Heilung pur und so schwingst du münden. In der höchsten Energie der Heilung nehme dieses Bad mit all deinen Sinnen wahr und lasse dich so tief fallen, wie es dir möglich ist. So rufe ich nun alle heiler Engel hinzu. Sie werden deine Seele und dich besingen mit den heilenden Worten der Wirklichkeit. Jedes gesungene Wort, jede einzelne Silbe trägt Heilung zu dir, trägt Liebe zu dir. Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist so einzigartig, genauso wie du bist. Und so heben dich die Engel in die Höhe, in ihre Mitte und fühle, du bist einer von uns, du gehörst zu uns. Fühle, wie es dir langsam besser geht. Nehme die Heilung an. Alles geschieht so, wie es für dich gerade jetzt in diesem Augenblick am besten ist und zu deinem allerhöchsten Wohle wirkt. Und so streicheln jetzt alle Engel deiner Seele. Alle heiler Engel streicheln dich. Spüre, wie deine Seele sich freut, wie sie sich ausdehnt und wie die Spannung nachnimmt. Und nehme alles auf, was dir heute geschenkt wird. Es geschieht in tiefer Liebe und Achtsamkeit, in Demut und in der himmlischen Freude. Die himmlische Freude erweckt in dir die Kraft, das zu sein und das zu tun, das zu tun, was deine Aufgabe ist. Sie hüllt dich ein und bestätigt dein Sein. All diese wunderbaren Energien, welche du fühlen darfst, sind wie ein himmlischer Kuss, den du empfängst. Es ist der Kuss der Heilung, welcher nun auf deiner Seele brennt, welcher alles verbrennt, was dir schadet, welcher alles verbrennt, was dir hinderlich ist. Und so darf Heilung geschehen, ewiglich, ewiglich, ewiglich. Erzengel Raphael bietet dir an, immer wieder, bei mir anzuklopfen. Ich werde sehr gerne zu dir kommen und ich werde auch immer alle heilerengel mitbringen, damit sie deine Seele besinken. So soll es sein. Und so darfst du, so oft du möchtest, diese Botschaft anhören. Ich werde immer für dich da sein, Shantima, ewiglich in tiefster Linke. Und so verabschiede ich mich jetzt von dir mit den heilenden Worten der Wirklichkeit. An Anaschor. An Anaschor.